Musik 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 Wir sind wieder unterwegs zur nächsten Kampagnenmission Wir haben das zumindest als Wegpunkt gesetzt Ich muss hier mal ankommen mit dieser Highspeed-Carrie hier Das Ding geht echt gut ab Das ging schnell Ja, ne? Man muss hier rein Ich muss da rein Lächer Die beliebtesten Versionen wurden von den Fyyy Okay, ist mir genug gelacht? Boah, stein Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schluck den Quil. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CityOS-Kästen. Was ist denn da jetzt von mir? Ich soll ihn aktivieren. Gibt mir, lass mich den aktivieren. Was ist denn da jetzt von mir? Wie denn? Wie denn? Gut. Gut. Und nu? Ich muss jetzt erst den zweiten finden, oder was? Das ist ein Lift. Gut. Nicht springen. Den habe ich jetzt. Ah, okay. Da war er. Jetzt bin ich falsch. Jetzt kann ich da wieder hin. Ja, das tat weh. Das tat weh. Du musstest so tief springen. Es tut mir leid. So. Ich würde ihn nicht umbringen. Und der Vladimir, was sagst du dazu? Ich denke, mit einer schicken Milchschnitte ist er wieder topfit. Oder ein Chromwacher, ihr alkoholfrei. So. Was? Ich will es aktivieren. Alter, ist denn noch so ein Kasten? Das passiert. Man hat sich nicht konzentriert. Okay. Mal raus, hier müssen wir noch kurz helfen. Okay. Das eine Ding war hier schon entriegelt. Mhm. Mysterious. Das Ding ist grün. Äh, blau. Aber hier führt noch eins hin. Kann ich gar nicht hingucken. Ist hier eine Kamera irgendwo gegenüberliegend? Da reingucken kann. Ja. Da fehlt das noch. Okay. Da muss ich dann mit Aiden nochmal hinrennen. Glaub ich. was ist... da schiffrisch? Da geht's. Was? Das ist ja gut. Okay. Das ist also auch nicht richtig. So, jetzt muss mir hier aber gleich mal auf die Sprünge geholfen werden, ne? Gut, jetzt habe ich es aber. Oh. Danke. Oh, okay. Das ist knifflig. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du machst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nichts, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontaktzeit. Immer los. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Das wird ja schön jetzt. Und dann haben wir die Foto machen. für die Installation den habe ich auch weg bis den hinterher auch nicht mehr Komm, geh da noch mal ein stück näher Scheiße, wie schnall ich auch Da hätt ich noch was zum schrecken So, mit dem Augenblick Ich bin da oben, ne? Glaub ich Ne, das ist noch einer Ich bin da oben Na ja, die von oben ist weg oder was? Ja, da war keiner mehr Okay, ich glaube Du bist der letzte da Ich meine, ich habe ja nur auf Spielzeug, ne? Aber überhaupt nicht, ich wusste nur was Alter Ich bin da, ich hole ihn mir Er darf sich abwachen Oh, das ist doch so Oh Oh, das ist doch so Oh Sie ist bewaffnet Ich bin da Ein Schuss noch Oh, Alter Wer schießt denn wo? Ich sehe nicht Ich sehe nicht nur wo die schießen, Mann Ich sehe nicht nur wo die schießen, Mann Ich stelle schon mal da unten Das war's. Was ist das denn jetzt langsam mal? Ne, da hinten ist die noch einer. Welche sind richtig? Der denn? Ich sehe die natürlich mal. Das war's. 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 . Das war's. . Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. . Das war's. 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 Danke. So. Ich habe zu Demian aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Mellok passiert ist. Zu. Skillpunkt erhalten. Nimm mal schönes. Ja, ich stelle das. Was ist das? Was sie uns fortgene Fokusverholung bietet. Ja, an sich nicht schlecht, aber nicht unbedingt nötig. So, was haben wir hier schönes? Durch den Fokus wird die Zeit verlangsamt. Okay. Ich stehe auf diesen Fokus-Kram, ne? Entschuldigung, aber ich nehme da hinten. Entschuldigung, das ist mein Ding. Ihr könnt ja selber einen anderen Baum nehmen. Und wir sehen uns wieder in der Nähe. Zum Anmelden drücken. Hole Gegenstände. Vergangener Rom. Diese Skulptur ist Kunst für Volk. Schön, dass sich so etwas interessiert. Toll. Glückwunsch. Zur ersten Anmeldung. Ja. Danke, danke. Oh, Bankkonto wieder. Ich habe vorhin schon einmal in Ruhe ein paar Bankkonten gesammelt. Und ich brauche jetzt mal einen Geldautomaten. Ich glaube, da hinten ist ja dann einer. Wenn ich das da richtig sehe. Oder das soll einen ekelhaften Burger darstellen. Aber das dürfte ein Bankautomat sein. Da ich doch. Das muss ich eigentlich gut was abheben können, oder? Was? 400? Hm, ich kann erkennen, wenn ich das so... Oh, okay. Blumenzentrale? Ja, ich habe einen für euch. Einen Hacker ganz in meiner Nähe. Er hat den Köder geschluckt und angewissen. Ihr solltet alle Infos haben, um ihn zu erwischen. Alles klar. Wir stören seine Firewall und geben ihn als Auftrag raus. Sein Kopfgeld wird hochgesetzt. Nee, nein! Nein! Okay, mal sehen, was mir jetzt erwartet. So, jetzt gucke ich erst mal, warum ich nur 400 Dollar gekriegt habe. Hier zeige ich mich zu verarschen! Oh! 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 Was ist denn mit dir los? Nee! Oh, nicht wieder rennen die ganze Zeit, oder? Das wird zu blöd. So. Notrufzentrale, worum handelt es sich? So, wir nicht. So, Notrufzentrale! Weh, du aufsachen, ey! So. Nächste. Notrufzentrale, was ist der Grund, wirst du aufhören? Die Polizei muss sparen! Können Sie das wiederholen? Hallo! Gut. Alter! Ihr geht mir auf den Sack! Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Eine Schießerei und hören Sie mich! Bleiben Sie bitte in der Leitung! Alter, wer ruft denn hier an der... Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ich bringe euch Hallo! Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben! Notrufzentrale! Alter! Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfall... Hält uns! Jemand schießt hier! Ich brauche jetzt ein Auto. Das geht mir auf den Sack. LS an Einsatzkräfte, CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Ich habe natürlich wieder so eine langsame Kiste. Gut, der ist schon mal weg. Na. Jetzt haben sie mich. Kacke! Oh! Oh! Verstanden! Verdächtigste auf der Bauch! Da kann doch zur Wohnung auf dem Weg! Verstanden! Ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen! Warte, ich will dich auf was auf dieser langsamen Karte! Ich entferne mich schon wieder viel zu weit. Ja, ja. Nein, Mann. Kannste doch öfter sagen, ich werde trotzdem die Annahme. Wupp. Das muss ja jetzt auch irgendwann was bringen hier. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihn wieder in die Seite, Achtung! Scheiße, ich habe keine Batterie mehr. Ach, fahr der selber in die Seite, Mann. Was war das? Ich brauche jetzt mal eine Brücke. Das ist eine Brücke! Wie geil! So, jetzt kannst du mich. Hier unter den Dingen sehen die mich nicht, ne? Sehr geil. Nein! Da fahren wir noch nicht in die Seite! An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Leitstelle, haben die anderen Einheiten noch nicht Kontakt? Na komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück! Vorher haben wir erst mal 5.000 Autounfälle. Wir kommen jetzt wieder zurück zur Basis. Besser ist das! So, ich steig hier mal raus. Nehmen wir doch direkt mal wieder einen Auftrag an. Man kommt ja gar nicht dazu, flüssig die Kampagne zu spielen. Was denn jetzt? Wenn da andauernd Aufträge kommen. Aber jetzt habe ich X gedrückt und es kommt nichts. Na ja, dann suchen wir uns doch erst noch mal ein paar Backautomaten. offended accurately. so ich oh ach